ich bin hier gerade pokémon schwarze edition ja im ersten teil hat mir mal gedacht das ist nur kurz spiele und ich gehe jetzt ins gras und das ist hundertprozentig ein scheitern ich sag's euch ha wie recht ich habe und gleich noch mal wieder in your life scheiden ja ich bin mir sicher beim dritten mal kommt noch ein schein ich habe irgendwie so das gefühl dabei so dann gucken wir mal und wieder ein schein okay ja ich hatte auch schon schein die nagel aus und so ist ich hatte bis jetzt nur schein ist ja wird das schafft sage ich euch wie ihr vielleicht eben gemerkt habt sind alle pokémon die ich im wilden gras finde schein pokémon wie ihr das machen könnt also das ist ein cheat eigentlich nur anstatt die code zu verwenden kann man das wird drastik einfach einstellen ja die app die werde ich euch eingeben in der dinge in der beschreibung und dazu zeige ich euch heute wie ihr das machen können ich habe mir hier mal die pokémon schwarze und 1 rum gegeben jetzt plane keine ahnung wann das mal display und es tut mir auch leid dass ich jetzt öfter kein video gebracht habe ich hatte einfach nicht zu wenig zeit okay ja und zwar müsste ich hier zwischen staaten select auf dieses symbol klicken dann könnt ihr mal eins machen könnte das spiel beschleunigen ihr seht soundtrack und das spiel selber läuft viel schneller das wollte ich nicht auch mal zeigen was aber jetzt was ich euch aber jetzt zeigen wollte ich speichern mal kurz ab wie sie wird unterschreiben genau so schnell kann es auch mal passieren dass ich gestört werde so also ihr müsst ihr speichern wie es gerade gesehen habt so und dann das müsst ihr dann noch mal machen sorry ja genau jetzt wird es mir wieder eine müsste auf das symbol klicken auf das untere vom kreis dieses komische verkehrte dreieck und dann kommt ihr hier zu spiel wechseln save set laden save set speichern save sets verwalten cheats benutzt definierte cheats sie könnt ihr alles mögliche machen so bei cheats seht ihr jetzt kann man alles mögliche machen was das ist ignorieren wir zwar das machen wir jetzt mal aus weil ich weiß gar nicht was das ist hier habe ich zum beispiel bei our world codes da kann man zum beispiel no world pokemon oder irgendwas machen die habe ich zum beispiel wild pokémon our shiny eingemacht so ja können da jetzt eigentlich auch noch was machen im moment black city and white forest codes ok ja gibt es auf jeden fall sehr viel wenn denn auswählen so ja kann man auf jeden fall sehr viel machen ich werde mir jetzt mal eines heraussuchen was ich jetzt 1 finde bc box clear codes event codes event codes zum beispiel ganz cool gehen der sex box 8 slot 1 das machen wir mal doch ich bin drauf gekommen dass es pokémon center ersten gabine ist und ich soweit noch gar nicht gespielt habe und ich würde sagen das mache ich jetzt gleich mal bis an laber nicht komm schon lass mich durch bitte komm lass mich endlich den pc benutzen oh mein gott ja ich weiß dass einem das tutorial manchmal noch nicht die möglichkeit gibt was zu machen aber jetzt gucken wir mal ein ob das wirklich im box 1 liegt äh warte das gene sex mal gucken nein ok manche gehen nicht das ist mir schon aufgefallen äh ja jetzt gucke ich nochmal so ob das hier irgendwo versteckt ist nee anscheinend nicht bei dem team pokémon auch nicht ok leute ja vielleicht suche ich noch was anderes sonst ja muss ich das video leider schon beenden weil es einfach nur ganz wenige gibt jedenfalls mit dem shiny pokémon das finde ich echt cool das könnt ihr auch mal ausprobieren ah ich bin doch blöd l plus r muss mal druck drücken 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 alles klar ich habe es gecheckt jetzt probieren wir das mal so ja ich habe es mehrmals gedrückt mit so infos so jetzt kann man dann nochmal nachgucken ja kein wunder dass es nicht geklappt hat ich meine ich habe ja was dazu tun müssen so und da ist es jawoll das ja feiere ich total so und nehme ich das gleich mal mit so ich würde sagen wir gucken uns das jetzt mal an warte muss die geschwindigkeit drunter machen mit dem tech blaster von gene sex mit level 60 hier auf gute 1 aber ich weiß gar nicht ob ich das einsetzen kann weil eigentlich geht es ja nicht wenn man jetzt mal so denkt von der logik dass man bis level 11 nichts machen kann naja kann man nicht machen ich habe jetzt mal re battle viktini gemacht und da muss ich nur select drücken ok ich habe select gedrückt warte ok gene sekt habe ich noch ok da muss man wahrscheinlich zu diesem turm irgendwas gehen na gut yo alles klar ich habe mir da jetzt einen neuen cheat gesucht wir haben von jedem einzigen item das überhaupt gibt 900 stück alter wie geil ist das denn warte jetzt gucke ich mal ok da noch nicht da noch nicht äh ja itemtasche alter wie geil ist das denn das ist alles gibt was man noch gar nicht in diesem in dieser edition erhalten kann oha oh mein gott mal gucken wie lange das noch geht das alles gibt krass einfach ok das haben wir auch gesehen ich suche jetzt noch ein cheat raus und dann war es das und ja das könnte dann alles selber ausprobieren ok u codes 3d 45 degree also grad top down 3d in achievement oder was mute change change ok alter wie geil das aussieht guckt euch das mal an ha geil wie sieht das denn aus einfach alles so ey wie geil ist das denn bitte alter ihr müsst euch das mal geben ey wie geil ist das bitte ey so kann man ja auch spielen das sehe ich jetzt gar nicht so ein cheat das zählt sich eher zu einer challenge ja leute äh wenn euch diese folge gefallen hat äh ja und wenn ihr mal äh von anderen spielen sowas sehen wollt dann lasst doch gerne ein like da und wir sehen uns dann wieder beim nächsten mal ja mit blies kanone habe ich auch diese nögerlots besiegt und hab ganze 2 ep erhalten toll ok so dann sage ich danke fürs ansehen bis zum nächsten mal und und